Hmm, moinigermaßen und recht herzlich willkommen wieder zu einer Runde Rocket League. Ja, ich bin hier in einem 2 vs 2 Rank Kit und ja, das Liga-System wurde hier ein bisschen verändert. Und, äh, man ist jetzt also, wurde alles zurückgesetzt, wo man vorher war. Ich, ähm, hab jetzt gerade schon eine Runde vorher gespielt. Und die hab ich verloren, jetzt bin ich auf 93 Punkten, LP, ich hab keine Ahnung, wie es hier heißt. LP heißt es wahrscheinlich nicht wie in LOL. Und, oh, komm! Nein! Oh, gut. Oh, gut, dass ich den noch abgewehrt hab, so. Junge, Junge. Alter. Wow. Alter, der macht uns hier ganz schön Ärger. Fuck! Easy! Easy! Sag ich nur. Okay, 1-0 führen wir jetzt erstmal. Wir versuchen jetzt unsere Führung ein bisschen auszubauen. Oh, der Gegner ist nur alleine. Okay. Wenn wir das jetzt verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr. Ach, Mann. Parade. Und... Nein! Ach, komm. Und zack. Und zack. Middel-Fell-Pass. Und hau ihn rein. Es ist gerade so schlecht einfach. Wie wir alles daneben hauen und failen. Oh, ich hab so lange kein Rocket League mehr gespielt. Zack. Weg damit. Nein! Nitro. No! No! Alles klar. Oh. Jetzt kommt der Mittelfell-Pass. Und er macht ihn fast rein. Und er macht ihn fast rein. Er macht ihn rein. Wow! Wir werden gerade von einer Person fast alleine fertig gemacht. Geil! Das war bad. Jo. Gut. Gut, gut. Erstmal. Weg damit. Oh, outplayed. Okay. Sehr schön. Guter Schuss. Warum hat der jetzt nicht reagiert? Wo war denn eigentlich der Gegner? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Der Lappen wollte eigentlich gar nicht deffen. Na, geil. Alter. Gott. Ich kann ja gar nicht ohne Ballkamera spielen. Da fühlt sich das ja richtig eklig an. Das... Oh Gott. Haha. Wow. Zack. Du übergelupft. Okay, ich hab ihn weggehauen. Zack. So, hau ihn nach vorne. Hau ihn nach vorne. Sehr schön. Ja. Oh, der hält ihn. Ich fass es nicht. Und drehen. Easy. Es ist gerade, muss ich sagen, auch ein mega spannendes Spiel, weil gegen eine Person... Aber der Typ spielt gut, muss man sagen. Also der Gegner. Der macht uns das Leben trotzdem schwer, auch wenn er alleine ist. Aber ich spiel ja halt auch in meinem Team, der andere Typ ist ja halt ein Anfänger. Vom Level her. Und deswegen ist es ja auch nicht so schlimm. Dass jetzt der Gegner oder unser anderer Gegner gerade fehlt. Oh, sehr schön. Nein! Und er hält ihn. Zack. Easy. Oh. 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 Nein! Ich hau ihn raus. Oh Mann, Alter. Ich spiel auch gerade so mega bad. Es kommt, wenn man lange nicht mehr spielt. Wow. Zack und weg. Wenn er den Boden berührt, ist es vorbei. Nice. Oh, erstes Game erstmal wieder gewonnen. Wir haben jetzt 5 wieder dazu bekommen und hatten gerade 7 verloren. Deswegen sind wir jetzt noch auf 98. Aber wir versuchen so schnell wie möglich jetzt wieder da hin zu kommen. Und deswegen sollen wir gleich in die nächste Runde. Und es geht ja wie immer ziemlich schnell. Deswegen muss ich hier ja jetzt keinen Cut machen. Und die Musik. Mal gucken. Was kann man denn alles hier so für Lieder machen? Lol. Okay, jetzt sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde hier. Und der Crazy Boy ist im Gegnerteam. Ich kenn ihn zwar nicht, aber klingt ja schon mal cool hier. Crazy Boy. Der macht dann bestimmt die Crazy Plays. Oho. Komm. Ja, ja. Oh. Ach man. Alles klar. Ciao. Jo. Wahrscheinlich. Zack. Ja, der sitzt. Nice. Der war zu schnell für ihn. Nicer, dicer. Oh ne, jetzt. Das ist ja schon wieder hier Schleichwerbung. Nicer, dicer. Das ist ja so ein Küchengerät. Ach man. Komm, komm, komm. Nein. Wurde weggedrückt. Und er heilt ihn. Lol. Wie das aussah. Oh ja, da ist er wieder schön vorbeigeflogen. Nice. Er haut mich dagegen. Das wird ein Mittelfeldpass. Was? Oh. Nice. Ich hab ihn gegen mein Mate gehauen und er hat ihn reingehauen. Es war zwar völlig ungeplant, aber... Sah nice aus. Muss man sagen. Nice. Übel hier das Passspiel vor dem Tor. Haben wir die übel outplayed. Zack. Machen wir den Ball erstmal wieder weg. Und jetzt. Full rein. No. Full vorbeigeflogen. Aber mein Mate macht ihn. Okay, er macht ihn nicht ganz. Ich flieg wieder vorbei. Wie man es ja schon von mir kennt. Nice. Ja. Ihr verschwendet so ne eure Zeit. Sehr schön. Nein. Nein. Zack. Ja, er kriegt ihn. Jetzt müssen wir hier mal endlich wieder rauskommen. Irgendwie. Alles klar. Ciao. Und nice. Okay. Der Crazy Boy fällt wieder daneben. Ist der Anfänger? Ne, der ist Semiprofi. Oh Gott. Ich habe ihn so vorgelegt. Wow. Das war bad. Das war bad. Erstmal wow in den Chat machen. Wow. Das war einfach bad von mir gespielt. Da habe ich ihm einfach einen schönen Pass gebracht. Eklig vorgelegt. Okay. Fallguck. Der ist aber durchgekommen. Und jetzt mein Mate. Komm. Zack. Okay. Okay. Und jetzt mein Mate. Nein, komm. Ja, ich habe ihn. Nice. So richtig schön da weggegabelt und ins Tor rein. Oh. Wir sind gleich vielleicht wieder über 100 Punkte, wenn jetzt nicht irgendwie alles schiefläuft. Noch eins. Nice. Das war ein Geschenk für mich. Die Einladung nehme ich gerne an. So. Lass mal meinen Maid in die Mitte fahren. Okay, er hält ihn. Lol. Schön. Oh. Mit der Flugeinlage gehalten. Wow. Das war mal wieder übel bad. Das hat niemand gesehen. Das cutte ich raus. Nein. Oh Mann. So ein bisschen zu weit zur Seite. Den kriege ich. Den kriege ich. Alles gut. Alles gut. Nichts ist gut. Okay, doch. Alles gut. Okay. Kriegt mein Maid in? Ja. Ja, ja. Okay. Crazy Boy. Okay. Oh. Shit. Das war close. Wow. Dieser Crazy Boy. Ist wirklich crazy. Komm, komm. Nice. Jetzt, jetzt. Äh. Oh. Oh. Ja, nein. Komm. Ein Tor geht noch. Okay, da geht kein Tor mehr, glaube ich. Und das war's. Nice. Uh. Wie viele Punkte? Acht Punkte dazu. Nice. Wertvollster Spieler. Wir sind eingerankt worden in Bronze 1. Uah. Antenne UFO. Würde dann sagen, okay, das nehmen wir gerne an, das UFO. Und ja, ich würde dann sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das neue Liga-System findet. Und ihr jetzt gut findet, dass man immer sehen kann, in welcher Liga man sich befindet. Und ja, das war's dann von mir. Und tschüss und bis nächstes Mal. Und ja, das war's dann. 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 Vielen Dank.